hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von nostal heute versuche ich mal ein bisschen mit tipps und tricks weiter zu helfen weil ich wurde in kommentaren gefragt ob ich vielleicht mal ein video machen könnte wie ich mein gold verdiene oder ich wurde gefragt wie man allgemein am besten in nostal gold macht so da kann ich so allgemein keine antwort darauf geben ich kann aber zeigen wie ich mein goldmacher so vielleicht hilft es dem einen oder anderen dann auch es ist halt auch immer eine sache vom level dass wir direkt am anfang sagen wenn ich jetzt hier als level abenteurer oder etwas rumlaufen da mache ich kein monster kann ich keine monster kohle machen außer ich habe halt schon den main charakter wo ich mir dann das gold drüber ziehe oder irgendwas aber ich sage mal das ist ja denke ich mal nicht die frage gewesen wie ich ziehe ich am besten gold von meinem main charakter rüber so ich kann allgemein nur sagen ich spiele ich spiele das spiel jetzt zehn elf jahren zehn elf jahre doch sind elf sind elf jahre ich bin schon sehr sehr lange dabei und ja wenn man das spiele spiel heute sieht es gibt viel mehr möglichkeiten für gold zu machen zu der zeit wo ich angefangen hatte und gespielt hatte die ersten jahre da waren ja auch diese ganzen noch mal sachen die die waren überhaupt nicht handelbar es gab kein bazar so wenn einer ins spiel rein gepägt hat dann hatte er das wirklich nur für sich und konnte es nicht tauschen und nicht verkaufen gar nichts sprich es gab keine segen und 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 das ist natürlich das ist natürlich auch eine möglichkeit was auch genug hier machen wenn es auch keiner zu geben will aber das sieht man meistens ja schon man braucht nur den bazar gucken es gibt einige charaktere die sehr sehr viel echt geld hier rein stecken und dann über taler verkauf oder oder halt über dem bazar ihr gold damit verdienen was ja okay ist das ist ein kostenloses spiel dadurch erhalten sich solche spiele die bleiben dadurch am leben nicht wundern dass ich jetzt schon mal ein bisschen durch die gegend fahre ich möchte nämlich gleich ein paar stellen zeigen wo ich am besten anfangs mein geld gesammelt habe mein geld nein wo ich anfangs am besten mein gold gesammelt habe da sind wir hier schon ziemlich gut es hat hier westlich creme zum beispiel oder östlich kann ich habe es eigentlich überwiegend in östlich kann gemacht ich habe auch bis level 85 fast nur dort gelevelt weil ich nie die lust auf ldt hatte das war mir zu langweilig war mir zu dumm und das konnte ich halt hier kombinieren so ab ja ab level 60 würde ich mal sagen kommt man hier ist super super klar so ich habe hier ich bin auf und ab gelaufen weil hier sind engels federn sind extrem getroppt und engels federn ist allgemein die verlieren nicht an wert die haben in den ganzen jahren nicht an wert verloren so und engels feder fahren das ist zum beispiel eine sache womit man gut gold machen kann das kann man natürlich auch dann über die weiteren maps hier machen hier bekommt man auch gut engels federn hier könnte ich jetzt noch rumlaufen und ich würde noch massenweise engels federn bekommen so das ist zum beispiel ein weg für gold zu machen ist aber es ist allgemein wenn man in den bazar guckt und jetzt irgendwas super waffe oder super rüstung irgendwas gesehen hat sagen die preise die sind schon krass muss man schon sagen dafür gehe ich persönlich auch hin ich habe noch nie irgendwie eine waffe gekauft oder sowas ich habe das immer alles selber gebaut selber gewettet selber geplosst weil ich damit allgemein auch günstiger gefahren bin weil ich halt auch keine kohle hier reinstecken will ich möchte kein geld reinstecken und es geht auch ohne es geht gut ohne fahr mal weiter fahren wir nochmal zurück und dann kommt natürlich ab ab level 90 kann ich halt auch nur empfehlen wer heute keine lust hat hier stundenlang rumzulaufen für für engels wieder zu fahren klar irgendwann hängt es einem auch zum hals aus dass es ist auch verständlich aber raids egal ob akt 4 oder die 90 plus raids sprich kertos balakus grenikers diese raids machen mit bisschen glück sieht man halt super zeugs weiter hier ist besser war lakus war lakus hans schule nun mal als beispiel ist jetzt nur das eine partner grenikers schau mal weiter natürlich keine stiefel drin gibt auch noch krimi stiefel das ist alles so ein zeug das ist massig an gold wert so die akt 4 jetzt so wenn man da oder sieben zieht so ein bisschen glück hat man in den pvp muschel drin die die 1 kkk wert ist so da bist du von jetzt auf gleich bist du reich ich gehe ich bin ja jetzt im moment aber was heißt jetzt moment eigentlich immer also ich habe noch einen trade charakter da liegt doch mein gemeißes gold drauf ich handel nur mit muscheln ich trade mit muscheln so ich kaufe die günstig auf und verkaufe sie dann halt zu dem preis was sie wert sind weil es gibt halt immer noch sehr viele spieler die wissen die werte von den muscheln wissen sie nicht einzuschätzen oder haben einfach keine ahnung was ist kein vorwurf sein soll alles okay so aber ich wenn ich sowas natürlich sehe dass in der muschel die 500 500 millionen wert ist wenn ich sehe dass die für drei millionen dran ist da kaufe ich mir die auf und verkauft die für 500 millionen sind dann habe ich 400 viele zieldeutsch millionen gewinn gemacht so das sind halt sachen damit mache ich massig kohle das mache ich massig gold und ansonsten ist es schon schwer also mir mir persönlich fällt jetzt sonst auch nichts ein aber doch mir fällt noch eine sache ein es gibt auch viele die machen solo ic aber dafür musst du natürlich auch schon entsprechendes gold haben äh gold equipment haben damit du so ein ic auch packen tust solo so dann hast du natürlich auch ein haufen kohle und wenn du wenn man jetzt in 80 plus macht den 90 plus da kommt einiges zusammen wenn man den alleine packt und die ganzen drops sammelt gibt es jetzt sonst noch was sonst noch irgendwas was ich jetzt im kopf habe habe sonst nichts im kopf reden ja wie man sieht steht alles voll stehen meistens hier rum ist natürlich auch eine schwere sache mittlerweile weil es halt zu viele leute machen und ich bin der meinung die preise die sind mittlerweile so überzogen und so künstlich hochgepusht wurden es ist schwer ich persönlich ich fahre mir halt alles selber und plus ist auch selber ich habe ja hier auch schon ich habe im moment ja immer noch 92 93 equipment an weil ich persönlich für mein equipment ich habe das selber gebaut jedes 95 schwert selbst gehabt selbst gewertet genau wie die rüstung aber ich habe noch keine passenden muscheln gefunden die mir gefallen ja aber ich gehe mir das nicht kaufen dann habe ich auch keinen spaß mehr im spiel deswegen ich mache das alles selber es macht dann auch viel mehr spaß also es gibt schon möglichkeiten für gold zu fahren falls irgendwem noch was einfällt was super super duper geiles fettes wie man gold machen kann können ja gerne in die kommentare schreiben damit könnt ihr vielleicht anderen spielern helfen ich habe jetzt halt mal erklärt in diesem video wie ich mein gold mache und und ja ich kann halt nicht mehr anders sprechen deswegen habe ich es nicht verallgemeinert und habe einfach nur erzählt wie ich es mache engelsfedern traden oder rechts das sind meiner meinung nach die einfachsten möglichkeiten für gold zu machen und solo ic aber dafür ist natürlich monster equipment sp und rüstung vorausgesetzt dafür kann durch ja da jetzt eure meinung bilden wirklich freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben da lasst aber wenn du nicht getan und ja kommentiert halt gerne können gerne da noch ausdiskutieren oder machen wenn unklarheiten sind und natürlich auch gerne vorschläge rein wie man sonst noch an gold kommt ich persönlich habe da kein problem aber wie gesagt vielleicht Könntet ihr anderen spielern helfen aber dann erstmal meine freunde